Leute, ich hoffe, ich werde diesen Tag nicht bereuen. Aber Alex hat heute eine Challenge, denn er muss den ganzen Tag die Wahrheit sagen. Und ich darf ihm so viele Fragen stellen, wie ich will. Und meine beste Freundin Anna ist auch dabei. Und wir haben uns echt schon ganz gemeine Fragen überlegt. Und wir fangen damit an, dass Alex sagen muss, wer in dem BH besser aussieht. Deswegen haben wir uns beide einen nicen BH geholt. Und wenn ihr sehen wollt, wie sich Alex entschieden hat, dann schaut jetzt sein neues Video an. Der Link dazu ist in der Bio.